Moin Leute, Trimax hier. Das letzte und auch das größte Update in Raft kam raus. Eines meiner absoluten Lieblings-Survival-Games. Wir haben so Bock, das jetzt zu zocken. Dickes Update, viel ist neu. Wir haben Reapers, Hanky, Rumatra, G-Time und ich. Wir sind fünf Leute. Wir brauchen für fünf Leute Taucherausrüstung. Wir brauchen für fünf Leute Metallspeere. Wir brauchen für fünf Leute alles. Das wird lange dauern. Ein Stream, das komplette Spiel durchspielen. Wir fangen von null an. Das macht immer so richtig viel Spaß. Das wird geil. Alle Folgen kommen auf den SecondTry-Kanal. Da wird es eine komplette Playlist geben. Und ich habe jetzt richtig, richtig Bock. Also richtig Bock. Ey, warum zeigt der mir immer noch... Der zeigt uns immer noch nur das Schiff an, als Blaues, nicht so ums Ziel. Ja, weil ich das neues Neue noch nicht angegeben habe. Irgendwie gibst du das an. Ach, hast du den Code schon bekommen? Ja, der Code... Guck mal, wenn du jetzt T drückst, ist da dein Logbuch. Und da macht der alles. Kannst du alles durchlesen, die ganze Story. Das habe ich mir alles schon... Also, keine Ahnung. Das haben wir uns alles schon mal durchgelesen. Und da steht links der Hashtag. Radio Tau waren wir als erstes. Wasagatan ist gerade gewesen. Und Balboa Island ist 8, 7, 8, 7. 1, 8, 7. Und da gehen wir gleich hin. 7, 8, 7. Balboa Island. Okay. Ich guck mal ganz kurz, wie viel neuen Palmen bringen. Du kannst hier... Alles entleert. So. Cool, Alter. 8, 7, 8, 7. 8, 7. Kokosnüsse. Ich brauch Kokosnüsse. 8, 7. Komm gleich. Du kriegst gleich 5 Stück. Komplett woanders hin, Alter. Ach du Scheiße. Ich brauch am besten so wie die Kartoffeln. So brauch ich Kokosnüsse. Jetzt haben wir den hier. Guck mal. Hä? Ja, ein Lenker, Alter. Geiler Scheiße. Wir fahren weiter jetzt, oder? Ja, ja. Oh, wie schnell. Wir drehen jetzt einfach einmal, ja. Ja, wir drehen jetzt. Huch mal, wir haben jetzt ein Lenkrad. Das ist chillig. Das ist geil. Das ist super chillig. Drehen ist echt sehr chillig. Und jetzt geradeaus, ne? Ja, genau. Mach einfach gerade immer so ein bisschen. Bisschen justieren. Geil. Er ist noch geradeaus. Okay, ich werde es gebracht. Ach stimmt, wollen wir die Insel noch looten, Alter. Hier sind noch 5.000 Fische und so viele Schätze. Plus 8. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir brauchen jetzt Holz, oder? Holz ist ja wirklich. Wenn Gita kein Holz hat, töntet er uns gleich alle. Ich will aber kurz nach Chaos zuerst machen. Er isst uns dann ein realer fuck, Alter. Ja, Gita wird einfach, geht einfach Berserker. Ah, jetzt hat irgendwas, keine Ahnung, weird. Weird, was er macht, weird. Oh, ich würde auch gerne noch mal was zu knabbern holen. Ich habe irgendwie immer noch Hunger. Es summt hier die ganze Zeit so. Ist das nochmal? Ja, oder? Ein Klang nur weird. Also einmal meine neuen Palmen bringen pro Ernte 40 Holz und 10 Palmenblätter und 9 Kokosnüsse. Meinst du, das summen jetzt gerade? Das ist hier der Mixer von mir, Reepass. Der Entsaffler. Das ist es, glaube ich. Weiß sie. 45 Holz mit Dings. War sein Ding, Alter. Ich will das eigentlich umbauen, aber ich brauche endlich mal wieder ein bisschen Holz, Mann. Ich komme gar nicht mehr voran beim Boot gerade. Wir sind ja auch nie getrieben. Wir sind auch nicht mehr weitergelaufen. Wir sind auch gar nicht auf Course. Doch, doch sind wir. Also wir sind nicht auf Loot Course, meine ich. Ja, aber das muss ja gleich kommen. Kann ja sein, dass die Story Mission immer ohne Loot verbunden ist. Ich weiß nicht, Bro. Doch, doch. Das ist das Abenteuer sozusagen. Also da, sobald du die Story hinterher gehst, kriegst du keinen Loot mehr. Und wenn du dich ganz normal treiben lässt, wo es hingeht, dann kriegst du Loot. Dadurch wird es sogar sozusagen schwieriger. Checkst du? Der High-Wise. Aber auch unsatisfying. Wir brauchen sogar, glaube ich, später hier so eine Fellrüstung und so ein Kram. Der Penner hat was kaputt. Der hat eine Schutzfläche kaputt gemacht hinten. Ja, ich kann es halt auch nicht rapieren, reparieren, ne? Ja, große Inseln werden wir immer mitnehmen, Jungs, ne? Ja, ja, immer. Ausnahmslos, jedes Mal große Inseln. Ja, wir müssen nur mal lange fahren. Ja, ihr Partner, ein bisschen. Ich muss mal kurz FK, ich hole mal was zu drehen. Ach man, meine Tiere sind verpackt. Magst du sie aufheben? Ich kann das leider auch nicht, ne? Wir haben die gleichen Bug. Okay, dann musst du ja mal re-loggen. Einfach mal aufheben die Lamas und wieder hinlegen, ja? Dann kann ich die wieder sharen, weil bei mir sind die verpackt einfach. Ich kann dir nichts machen. Sehr gut, danke. So, G-Time, jetzt habe ich hier mal einen schönen Mix. 29 Kartoffeln, 19 Rüben. Oh, Batterie ist leer. Was mache ich mit der, wenn die leer ist? Das muss ich wegschmeißen, ja? Du musst sie jemals Wasser werfen. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Die kann man doch wieder aufladen. What the fuck? Ich habe die jetzt weggeworfen. Nein, das glaube ich nicht. Die ist viel zu teuer. So doof würdest du nicht sein, niemals. Wieso viel zu teuer? Die kostet einen Kupferbarren. Also wenn wir jedes Mal eine Batterie wegschmeißen, wenn sie... Und drei Schrott und sechs Kunststoff. Das würde uns im Late Game um die Ohren fliegen. Oh. Zack. Eine Batterie wieder. Mit Essen habt ihr anscheinend gar keine Probleme irgendwie, ne? Ne, das hält saulange. Das ist sehr gut. Ah, Kokosnüsse sind jetzt das Problem. Also ein Knoppersriegel und ein Kinderwohin. Oh, das ist es jetzt, Jungs. Danke. Und Hunger? Okay, das steht... 0.40 Uhr, ich erinnere mich wegen Video. Ne, das ist doch völlig los. Habe ich nicht da, 1.30 Uhr? Das war nichts. Das war eine Viertel, Dreiviertelstunde zu früh. Okay. Wir haben null Loot gerade. Wer hat das eingestellt, wo wir hinfahren? Das ist keiner da. Na, was? Ich bin da, aber ich habe es nicht eingestellt. Keine Batterie drin. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind. Wir pflanzen hier mal Kartoffeln hinten ein. Das verstehe ich nicht. Pflanzt ihr von euch immer Kartoffeln ein? Ne, ne? Ich bin gar nichts da machen. Ich bin die ganze Zeit in meiner Küche. Also hier, hast du die einfach nur noch Pfeile? Ich habe die Form einer Küche gedroppt. Hier liegen Pfeile. Naja, die musst du mir geben dann. Nehmen wir die Insel ein mit, die Kleine? Liegt so mittelklein. Schwer zu sagen, was sieht so aus, als wäre es drauf. Wir kriegen keine Planken-G-Time. Ich habe hier fünf. Wir kriegen wir nichts. Wir sind gerade nicht aus der Loot-Route. Wir sind gerade Story-Route. Wir kriegen keine, wir kriegen gar nichts. Guck mal, bei der Insel ist Loot. Komm, wir steuern die an. Okay, dann das machen. Ich ziehe da Sachen im Wasser. Also Holz ist das Wichtigste, sagt ihr, ne? Gut. Ja, gerade ja. Aber Seil haben wir viele, ne? Oh Gott, ja. Krass. Wir müssen doch mal wieder an der Insel tauchen. Wir haben keinen Seetang mehr. Darf ich mal wieder ein bisschen was mit Holz bauen? Ich habe echt lange nicht mehr. Romatran, wir haben gar kein Holz. Was willst du denn bauen? Wir sind nicht auf der Loot-Route. Wir sind nicht auf der Loot-Route. Wir sind auf der Story-Route gerade. Weißt du doch. Krass-Bond aber wieder vor uns. Also... Ich habe jetzt hier genügend gekocht. Nein! Ja, das ist gut geworden. Juhu! Boah, du hast echt ne Menge gekocht, Alter. Jungs, der Kokosnuss-Schlag. Den hätte ich tatsächlich gar nicht in echt gerade, den Kokosnuss-Schlag. Ich muss mal wenigstens hier hinten Dingens wieder zubauen. Und die Bäume kann man, kann man die kaputt machen, die da auf der Insel sind? Ja, dann kann man abbauen. Ups, hier wollen wir kurz Anker legen. Ach nee, steuert eh noch zu. Kann mal jemand wieder meine Tiere raufheben und loslassen? Das ist ja bodenlos. Ich verbrachte, die sind... Ja, ne? Das nervt. Boah. Ah ja. Ah ja. Okay, die gehen nicht. Oh, die gehen alle nicht. Scheiße. Na gut. Okay, der? Ist der bewässert? Die Time? Auch nicht. Ja. Ja, bitte. Okay, das ist das Maximum. Kevin, ich weiß doch, wie das ist mit dem Kochen, ne? Probleme. Du hast immer was im Inventar. Aber es ist immer, es ist immer viel los und dann hast du immer Sachen. Guck mal in die Kiste hier. Schnell in die hier. Nie um links. In die hier. Also ein Geschenk für dich. Klar. Wir halten jetzt an, bei denen so, oder? Ja, kurz looten und wellig. Ja, wir sind dran vorbei. Ich setze Anker schnell. Brauchen wir Muscheln? Ey, was wir richtig brauchen, ist jetzt wieder Ton. Ton ist alles aufgebraucht, ne? Echt? Tu uns aufgebraucht. Ja, ja, ich habe alles aufgebraucht. Guck mal, der Hai. Ja, der greift mich an. Ist doch schlecht. Erze sind alle eingeschmolzen. Kann man den Hai bitte mit kaputt machen? Wir müssen ja mal tauchen. Gut. Muss er. Mord und Totschlag. Oder der flüchtet immer. Das ist eine Sackgasse hier. Keine Ahnung, wo der hin will, der Kollege. Tot. Nice. Das ist stark. Kriegst die Sackgasse. Okay, jetzt tauchen die Blöde. Okay? Ja. Also ich nehme Ton jetzt auch mit, ne? Ich nehme alles mit. Seetank ist ja auch ganz viel. Brauchen wir auch, ne? Ja. Ich habe rote Melone. Auch mit Sank? Ton ist halt so ein bisschen dunkler als Sand, ne? Mein Haken ist halt auch schon wieder kaputt. Das sagst du so oft, Junge. Weil du nichts machst außer Haken, Bro. Weil ich alles fahre, Bruder. Was soll ich machen? Ja, aber du betust das Haken immer so komisch. Du tust immer so, als ob es das Persönliche ist, dass dein Haken kaputt ist. Ja, dass dein Haken kaputt ist. Hat irgendwer einen Haken? Enki, komm her. Mein Haken funktioniert noch. Mein funktioniert jetzt wunderbar. Also wunderbar funktioniert der noch, der Haken. Meine auch. Habe ich reingelegt. Kevin hat ihm seinen Haken geliehen. Kein Problem. Der ist lang genug. Den können ruhig zwei nutzen. Den kann er ruhig haben. Den Haken. Das passt. Super. Der Hai ist gerade down, ne? Ja. Sehr gut. Dann kann ich hier die Fässer schön looten. Die ganze Insel ist einfach leer. Die war mit Pflanzen und voll mit Bäumen. Es sind keine Bäume mehr drauf und alle Pflanzen sind weg. Das ist echt krass. Also was ich hier hinten auf der Rückseite mitnehme, ist ja gar nicht witzig. Krass auch. Da muss ich mal eine Taucherflosche. Der Haken ist unrealistisch. Ich habe es da rausgefunden, ist unrealistisch. Das ist gut. Ihr könnt doch mal, derjenige, der diese Sauerstoffflasche hat, die können auch mal tiefer an der Seite runtertauchen, ne? Da unten kommt nochmal wieder was dann. Ja, eher weniger tatsächlich. Nee. Gut, ich gehe an der Seite runter und ich gucke mal, was da an der Seite unten ist. Also sehr tief. Nichts. Ja, man muss dann wirklich schon tief kommen. Doch, doch. Geben wir es in die Tiefe. Ist so. Das ist so, wirklich. Nee, ich muss wieder hoch. Das ist zu anstehend für mich. Ach, ich bin so tief gerade. Ist nichts. Ich kriege langsam Angst, dass hier ein Leviathan ist. Immer noch nichts. Ich bin unendlich tief. Ja, dann vielleicht nicht bei der Insel. Dann vielleicht nicht bei der Insel. Ich bin so doll tief und es ist einfach gar nichts. Ich bin die ganze Zeit schon am Tauchen. Ja, ich weiß. Ich bin tot. Hör doch nicht auf die Beine. Trimix hat mich getötet. Hör doch nicht auf die Beine. Nee, es ist aber wirklich so. Es ist wirklich so. Du bist einfach gestorben. Es ist so geil. Ich bin einfach tot durch Trimix. Ich trinke unter Wasser. Ich trinke nochmal unter Wasser. Ich trinke nochmal unter Wasser. Romata, du musst das hier irgendwie breiter machen. Ich will, das muss größer werden. Ich kann nicht genug Staff für G-Time ranzuholen. Verstehst du es nicht, dass ich kein Holz habe, Bro? Aber wenn wir Holz haben, dann dürfen wir es breiter machen. Ja, wir können es breiter machen. Das wäre doch scheißegal. Aber wir haben kein Holz. Oh, ich habe zehn Metall-Erz gefunden. Zehn ist viel, oder? Ja. Zwei Tonen, drei Kupfer, fünf Sand. Mach die Kiste oben schön voll. Ganz viele Algen. Das war eine gute Run. Wann baut doch noch eins nach links. Baut doch noch eins nach links einfach. Guck mal, hier hast du doch noch Platz. Ach so, das geht jetzt um die Felder. Das hier, was ich hier gebaut habe, muss ich direkt nochmal hier so dran bauen. Also hier, weißt du? Ja, das nach vorne. Ja, dann mach das hier in die Richtung, oder? Die Insel ist leer. Echt? Dann habe ich das halbe Schiff. Ist das nicht doof? Ich habe jetzt hier Salzwasser bei dir reingepackt. Das ist falsch. Wir brauchen den Platz in der Mitte nicht, Max. Okay, dann mach den Forschungstisch weg. Dann mach den Forschungstisch weg. Easy. Zwei Tonen habt ihr nur? Ich habe auch noch... Nein, ich habe Kupfer. Obwohl, ich habe vier Ton. Ich habe sieben Ton. Wo willst du die haben? Hier oben. Ich brauche eine neue Kiste gleich für Essen. Was heißt hier oben? Digga, wieso kommen zwei Scheißen hier oben hier? Ich bin nervig. Aha. Kupfer, das hier, Ton und Sand. Du baust das auch ganz verwirrend, Max. Das verstehe ich gar nicht. Wieso denn? Ja, mach doch irgendwie ein Rechteck, oder weißt du, was ich meine? Aber du baust dann eins hier nach außen, und dann sind hier zwei außen. Okay, geht's hoch. Da ist jetzt schon ultra viel System drin. Mehr System geht doch gar nicht. Einmal die großen, die kleinen, die mittelgroßen und die großen Anbauflächen. Ja, aber wieso sind die kleinen nicht... Wieso sind die kleinen in einem Oktaeda angeordnet? Und ich habe... Ich habe das perfekt... Ich habe das eins zu eins auf jedes einzelne Feld angepasst, was der Sprinkler noch erreicht. Das ist die perfekte Form. Ich würde euch jetzt lieber... Also lieber, lieber, lieber schön als... Als sonst... Wie weißt du, das ist effektiv. Da baue ich noch einen Sprinkler. Dann brauche ich mehr Batterien. Die haben wir nicht. Will ich mal einen Kappen? Kannst du deine... Kannst du deine... Deine... Deine Bäume umziehen? Nach links. Ich brauche Kokosnüsse. Ich kann... Das kann ich umziehen, ja? Dann helfe ich dir dabei. Wieso... Wieso das denn jetzt? Ich brauche ganz viel Platz. Ich brauche das noch größer. Das und nochmal drei dran. Wo soll ich das hinpacken? Du kannst dir aussuchen. Ja, warte. Ich überlege jetzt. Aber wir ziehen erstmal das hier... Also das Schiff muss halt nicht noch breiter. Wenn wir es länger machen, ist es cool. Aber breiter ist es halt, glaube ich... Bruch, bruch. Sind wir schon wieder geil am Fahren? Ja. Ich habe dafür gesorgt. Nichts auch sehr, aber wir sind leider... Können wir drehen irgendwie? Wir saugen hier ganz, ganz kontraproduziv Sachen ein. Ey, guck mal. Seht ihr das? Können wir drehen? Drehen mal das Boot. Dass wir so in Richtung... Dicker Insel, hä? Links vor uns. Tu mal die Batterie. Tu mal eine Batterie da rein. Das ist sogar die... Ich glaube, das ist die Bäreninsel, oder? Nein. Von den Bäumen her. Nein, nein. Die Bäreninsel ist gigantisch. Und nicht so uns in der Insel. Die Bäreninsel ist auch rechts von uns. Und jetzt haben wir keinen Strom mehr. Ich habe ausgemacht. Die schenken wir auf jeden Fall ab. Tiere, ich will jedes Tier mitnehmen. Ja, Tiere ist gut, die müssen auch leben. Das sind dann Tiere, Tiere replacen, jemand? Ich re-logg gleich einfach mal. Wollen wir sofort? So. Okay, Romatra, du hast gesagt, äh, lieber nicht so effektiv dafür, dass es besser aussieht. In den letzten Jahren, den Lama, den Slams. Ja, ja, ja. Wenn da ein Feld nicht hochprozentig drin ist, dann machst du lieber rechtseckig. Das würde mich so freuen. Obwohl, so. Oder warte, wenn du jetzt... Wenn es wenigstens symmetrisch ist, das macht aber auch gar keinen Sinn. Das ist ja nicht, was du willst. Das ist so, ja, der Sprinkler, das ist auch nicht symmetrisch. Das hast du mir auch nicht ausgesucht. Dann nehme ich die von hier vorne einfach weg. Ich brauche gleich ganz dringend eine neue Kiste. Ich glaube, wenn du hier eine hinmachst, wenn du hier noch eine hinmachst, wenn du hier noch eine hinmachst. Es wird aber nicht viel sprenkelt. Ach so. Ja, scheiße. Ich stelle einfach noch und springt da daneben und dann ist easy. Ja, guck mal. Das erfreut mich. Dann bau mal. Ich tue dir hier nochmal 20 Planken rein. Kannst du damit noch ein bisschen weiter bauen? 28 Planken. Ich habe gerade frisch geerntet. Okay, dann baue ich für dich noch ein bisschen weiter. Es ist jetzt leider nicht auf Kurs, die Insel, aber die müssen wir mitnehmen. Ja, ja. Aber warte, ich drehe noch mal ein bisschen. Ja, müssen wir voll rein. Und nach links. Ach, nach links? Aber das dann auch nicht mehr. Nach links, nach links, nach links müssen wir. Ganz doll nach links jetzt. Echt? Warum nimmt der den nicht? Ganz doll nach links. Links, 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 viel weiter, links. Ich habe das Ding gerade schon mal gedreht, ja? Guck mal, es ist doch dein. Siehst du es nicht? Da habe ich meine Renner Distance nicht so wie du. Da habe ich auch nicht, aber du musst immer so runtergucken mäßig. Okay, du sagst mir nicht aufhören, sollst du drehen. Drehen, 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 drehen. Und geradeaus. Was sieht an einer crazy Insel aus? Da sehe ich hoffentlich das ein oder andere Tier wieder, ne? Ist klar. 33 Holz habe ich reingetan. Dieter hat einfach mitten in seiner Küche den... Ich reloge mal kurz. Was habe ich? Guck mal hier, weißt du, was das hier ist? Romatra, bau mal bitte weiter. Oh, ist das eine Pole Dance Stange? Das ist die Pole Dance Stange, ja. Alter, da wird schlecht so dran tanzen. Weil du immer so gute Arbeit machst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 20, 28, 29, 28, 2020. Und eine zweite Kiste für Essen wäre auf jeden Fall in Kürze geil. Ich baue eine zweite Kiste. Aber nicht, dass du zu viel Essen machst, oder? Ja, ja, ich habe auch ein bisschen alles gerade. So, wir brauchen eine gute Versorgung. Ich mache eine Kiste voll mit Essen und eine mit Shakes. Aber da brauche ich erstmal hier Kokosnüsse. Hier kommen irgendwie keine mehr. Es kommen auch keine. Es werden auch keine mehr kommen. Warum? Es geht auch gar nicht mehr. Wenn jetzt alles perfekt ist, wenn wir komplett 100% auf Kokosnüsse spielen würden, die Kokosnüsse werden immer weniger. Ich brauche irgendwas Effizientes hier für Shakes machen. Also, wir holen aus einer Insel, sagen wir, 5 Kokosnüsse und 5 Samen. Aus den 5 Samen mache ich hier 3 Samen. Da kriege ich nochmal 3 Kokosnüsse raus. Und dann sind die weg. Und dann kommen wir auf eine neue Insel. Also es gibt ein Kokosnusslimit einfach. Natürliches Kokosnusslimit. Man muss da doch sagen, trinken ist jetzt, glaube ich, gar nicht so wichtig. Weil wir einfach das Wasser haben. Stimmt. Ist auch noch. Davon brauchen wir nicht so viel dann. Ach so scheiße, was ist ein Wellengang. Ich setze hier schon mal Anker. Hier können wir nochmal gut tauchen. Hier ist ganz viel. Ja. Hier sollten wir auf jeden Fall nochmal abchecken. Auch wenn jetzt Holz miese ist. Ich weiß, ich weiß, aber... Wir werden jetzt auf die Insel gehen und einfach alles Holz abfarben. So, das ist meine Aufgabe. Die Suppe machst du aus... Diese krasse Suppe machst du aus... Hier sind so viele Pilze, Jungs. Ja. Rübe. Rübe und Kartoffeln. Nimm die Erde mit. Den Schmutz. Gibt ja den Schmutz wichtig. Pilze alle mitnehmen. Die kann ich auch gut gebrauchen. Da kann ich richtig dickes Essen von machen. Komm, gib mir noch ein Lama. Oh, hier ist Honig. Leute, hier ist Honig. Oh mein Gott. Echt, dann müsst ihr das Bienen... Das Insektennetz bauen. Ich schwöre, das ist eine Bieneninsel. Hier sind überall Bienen. Dann ist das die Bäreninsel. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das Insektennetz. Noch ein... Nimm den Honig mit, ne? Eine Ziege. Oh nein. Irgendwann halt Klee gedrückt, um Honigwaben mitzunehmen. Ein Bär! Ein Bär! Ich werde attackt bei einem Bär! Sieht mir nach einer Bäreninsel aus, wenn man von einem Bär attackt wird, glaube ich. Aber das ist nicht unsere Bäreninsel, die ist zu klein. Nee, das ist nicht unsere Bäreninsel. Ich komme auch dazu. Oh, ist hier noch viel Schrott im Wasser. Merkt euch das ganz toll, ja? Ja, ich weiß, ich weiß. Holy shit, das ist ja wichtig. Oh mein Gott, ist die Insel stark. Wäre erst ein bisschen dumm. Aber hab ihn. Geil. Hier ist halt gar kein Holz auf der Insel. Oh, Leder, so wichtig. Ja, gib her. Wie denn auch, Romatra? Ist doch ein ganz anderes. Kann man diese ganzen Bäume hier nicht abbauen? Biotop. Nee, kann man nicht, kann man nicht. Bisschen dumm, das jetzt. Man kann nur Palmen und Mangos abbauen. Hier wachsen Tannen, hier wachsen keine Palmen und Mangos. Du bist jetzt nur eine Ziege gesehen, ne? Habt ihr einen Lamy gesehen? Auch einen Lamy? Ich hab gar kein Tier gesehen, tatsächlich. Nee, ich glaube, ich würde aber gerne Bienen mitnehmen. Ich hab Bienen, ich hab Bienen. Ich hab fünf Bienengläser. Echt jetzt? Ja, du wirst der Imker. Neun Bienengläser. Intermediate Bee. Hier sind Tiere. Involvent oder so. 13 Bienenläser hab ich. Ja, ist jetzt die. Die haben wir da auch schon gesehen. Ich weiß gar nicht, ob wir die mitnehmen wollen. Wollen wir? Ja, oder? Einfach jedes Team mit dem Scheiß drauf. Können wir jetzt mal dieses Recycling-Ding oder so bauen? Ja, kein Holz. Egal, was du sagst, dass wir bauen sollen, die Antwort wird immer sein, dass wir kein Holz haben. Jupp. Cock. Holen wir uns noch Explosiv-Fische? Am Karm? Ich hab bisher keinen einzigen gesehen. Wir müssen eigentlich immer bei so großen Inseln sein. Ich hab mir noch nie verkauft. Nämme diese Handelsinsel oder diese Recycling-Boxen. Allein hier kannst du einfach so zack. Wie viel Zink lang? Umatra, Hilfe beim High-Code. Für einen Müllwürfel. Ich dachte, das ist der Way to go. Ich geh jetzt gegen Leviathane kämpfen. Ich geh jetzt richtig tief runter. Ich hab Angst. Ich hab immer noch Angst. Ich hab super Angst. Gut. Hast du gehört, Rumatra? Ja. Wir können hier für einen Müll 10 Flanken holen. Ich sag, oh, hier ist noch ein Bär. Ist das normal? Oh, dann tötet den Bär. Das ist so wichtig. Echt? Ja, ja. Leder, Leder, Leder. Aber ich glaub, da kommt der nicht hoch. Wo ist denn der Hai? Boah, ist das so ein Scheiß-Game, Alter. Das ist so schlecht programmiert. Wie kommt der da hoch? Wie stark ist der Bär? Kann ich den töten? Achso, ich mach auch kein Damage. Ich sollte vielleicht mal reload. Ich kann ja niemanden Damage machen. Du bist tot. Danke. Der Bär? Ja, der Hai. Der Hai, der Hai, der Hai. Okay, ich schau mal, ob ich einen Recycler bauen kann. Du hast recht, wenn wir da einfach Planken kaufen können. Und ich kann da einfach mal so 500 Planken kaufen. 500 Planken kaufen, wär halt so geil. Ey, 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 ihr könnt Tannen abbauen. Wollt ihr mich verarschen? Echt jetzt? Ja, hier sind 1000 Tannen. Da hast du überall ein Axt-Symbol. Die Tannen? Ja, kleine Tannen, das ist neu. Ja, kleine Tannen, kleine, nicht die großen. Hier sind ganz viele kleine Tannen auf meiner Seite. Auf der ganz anderen Seite vom Baum, von der Insel, von unserem Floß, sind drei Tannen. Könnt ihr alle abbauen, so ein Baby-Tannen. Vergesst das nicht, ich hab keine Axt. Ich sehe hier gerade eine Baby-Tanne, ich probiere mal. Geht. Pinientapfen. Das ist neu. Wie sollst du das so gesagt, als wäre es irgendwie... Geil. Da sind noch viel mehr, ne? Denk dran. Da sehen sie sich schon, hat schon einen guten Pattern. Sag mal, was der Recycler kostet rum, Artra. Habt ihr den Bären getötet? Habt ihr den Bären getötet? Nein, nein, ging gar nicht. Das ist lost. Ihr müsst Bären töten. Ja, ich muss reloaden. Bitte töten sie mehr, Bären. Nicht schlecht. Nein! Ja, und jetzt? Ich tue da... Von was haben wir denn einen Überfluss? Ich tue einfach mal in den Recycler, wir brauchen keine 500 Steine, ne? Ich nehme einfach mal... Nee, Steine, stimmt. Ich nehme einfach ein paar Steine und baller die weg in den Recycler und schau, was passiert. Und? Was passiert? Der wäre tatsächlich unfassbar dämlich und tot. Ich glaube, der geht erst an, wenn wir es voll gefüllt haben mit Scheiße. Ich mache mal mit Sachen voll, die wir nicht brauchen, okay? Wir haben auch viel zu viele Blätter und so, ne? Was braucht man denn da? Nicht, dass du jetzt da losst und scheiß machst. Ja, und? Ja, arbeite dich. Warte, was passiert? Ich sage dir dann Bescheid, so wollte ich es was sehe. Das war ein heftiges Atmen. Alles gut? Ja, ich bin das. Tiefes Durchatmen. Wie geht es deine Hand, Bro? Deine Hand geht es gut, aber ich muss halt so schief sitzen, damit es der Hand gut geht, dass mein Rücken ein Gefühl abkackt, Alter. Noch nie saß ich so schief in meinem Leben. Was? Noch nie so was? Noch nie saß ich so schief in meinem Leben. Aber das ist ja nur 48 Stunden. Das geht, glaube ich, schon. Man kann echt nur die Baby-Tannen mitnehmen, keine anderen Bäume. War ja früher nicht der Bär. Hat jemand die Bär schon getötet? Ja. Sauber. So wird er genannt, Alter. Wer ist nach dir benannt? G-Time. Willst du mal gucken? Bär. Der Bär? Nee, das neue Tee hier. Neue Tee in der Familie. Hier. Wo sehe ich den Namen? Umbenennen, dann siehst du es. Oder du siehst es auf seiner Brust, da steht es auch ganz toll. Gavin, okay, alles klar. Gavin. Ja. Ja. Ja, ich kann jetzt auch wieder scheren nach dem Reloggen. Strong. Okay. Wollen wir weiter. Wir wollen mal ein bisschen rumfahren, dass wir mal ein bisschen... Wir haben jetzt so viel im Netz, da sind wir im Müll gefahren. Ja, der Hai ist wieder da. Oh mein Gott, wer hat Honig geballert? Ich habe Honig geballert. Wenn du mir jetzt noch schnell dein Bienenglas gibst, dann kann ich auch das andere ballern. Und dann kann ich direkt voll durchstarten. Wo bist du? Ich habe sechs Honig, Romatra. Ich habe einen Müllwürfel. Ich habe auch sechs Honig. Braucht ihr den? Ja. Einen Müllwürfel, der bringt uns nicht so viel. Einen Müllwürfel kriegt du zehn Holz. Aber vielleicht steige ich dann im Rang auf oder so. Oder vielleicht steige ich dann im Rang auf. Ist das der Recycler? Ja, der Recycler. Warte mal kurz. Ich gebe einmal kurz den Müllwürfel ab. Und schau, was passiert einfach. Gut, machen wir. Oder Max, du kannst mal in ein Research Table gehen und da ein Bienenglas reinlegen. Und dann davon forschen klicken. Wenn du magst. Mach ich. 20 Stück habe ich. Hier ist zwölf Honig, der Romatra, ne? Oh, Bienenstock. Darf ich den bauen? Oh, ich will ihn bauen. Darf ich der Mipker sein? Der Honig ist bei G-Time, ne? Aber dann macht ihr hier hinten irgendwo was. Weit weg. Wir haben keinen Platz mehr. Das Boot ist zu klein. Oder oben. Da hat keiner gehört, Hanky. Jetzt gleich ist er weg. Ich mache oben. Oh, Matra, der Honig ist bei G-Time, bevor er ihn weiterverarbeitet. Ja, ja. Obwohl, es ist zu spät, wird jetzt gerade zu Limonade. Nein. Nein, sehr verarschlich. Mit dem Honig können wir unendlich Honig machen. Ja, ja. Okay, komm mal her, Oh, Matra. Ja? Was brauchst du? Äh, kannst hier ganz links gerne alles Honig-related da rein tun. Was brauchst du denn alles jetzt für das Ding? Weiß ich gar nicht. Mach mal schnell. Mach mal schneller. Bienenstock. Ja, ich mache so viel Wiese hier. Hat noch jemand Dreck eingesammelt für mich? Vier Ton, zwei Scharnier. Noch jemand Dreck eingesammelt? 15. Ne, da war nichts. Statt. Ich habe 20 Bienenglas, du Schwanz. Das reicht für ein Ding. Und 20 Planken für dich schon, zack. Geil. Und ich habe sogar noch einen Ton drinne. Zack. Oh Mann ey, du bist echt der Hammer. Und ich habe sogar noch einen Scharnier. Alles drinne, fast alles, was du brauchst. Das ist der Hammer. Ach, meine Sauerstoffler-Schüssel ist leer. Was bringt denn jetzt das... Ach, der Highzone-Spec, Alter. Ich will noch einen Sprinkler bauen, das ist wichtig. Zwei Kupfer und ein Schmierding. So, wir fahren weiter, richtig? Wir fahren weiter. Ich bitte uns einfach mal auf Sammelkurs, okay? Scheiß mal auf, scheiß mal auf Story-Missionen. Ja, einmal richtig böse rein sammeln. Einmal, einmal richtig rein sammeln jetzt, weil ich kann das nicht mehr. Ich auch nicht. Oh, unser Schleim ist ausgegangen, oder was? Machst du das Schleim mal weg hier? Also den, den Seetang? Mach ich gleich, ja. Ich brauch Schleim. Schleim. Wenn wir jetzt mit dem, äh, mit dem Wind schwimmen, dann gehen wir ganz weit, äh, also genau in die andere. Ja, aber die Storgericht und irgendwann die spawnen irgendwann wieder vor uns. Also es ist nicht so, dass wir jetzt schon alles zurück, ja, ja, das ist nicht so, dass wir die irgendwie zurückgehen. Das geht unendlich oft, oder was? Ja, ja, das generiert einfach dann neu. Wirklich so. Krass, okay, das heftig. Zumindest war's so. Aber das, ich glaub nicht, das ist, das wäre ja voll dämlich. Stell dir mal vor, du hast irgendwie zu spät, wie du, wie du das alles baust, und dann bist du irgendwie 2000 Kilometer vom, vom, vom Ziel entfernt. Ja, das stimmt auch. Das würde ich gar keinen Sinn machen. Ich muss reloadgen, ich kann nichts damagen. Ich kann jemanden angreifen. Ich will seit drei Stunden reloadgen und mach's nicht. Mach du jetzt. Mach du jetzt. Weil ich kann nicht, ich kann nicht. Mach du jetzt. Du kannst nicht. Mach uns wieder anpflanzen. Mach, mach du das. Pflanz an und dann mach ich, okay? Na ja, gut, ich kontrolliere das. Streng, sehr streng. Wirklich sehr, sehr streng kontrolliere ich das. Okay? Ja. Sehr streng. Streng. Wirklich. Kevin schleimst du den Schleim? Ja, oder? Geiler Typ, Alter. Einfach gerockt. Aber gleich auch schon die nächste Ladung. Rocker. Ey, ich brauche einfach noch Bruder. Planken. Also noch ein paar. Wir alle, Bro. Wir alle. Hat mich heute ne Batterie gecheckt? Ja, ich hab die gecheckt für den Recycler. Nimm sie aus dem Recycler raus. What the fuck? Wie krank ist das denn? Ja, ich weiß, es war ein bisschen krank. Aber ich wusste nicht, wo ich ne Batterie herkriegen sollte. Aber der macht Müllwürfel. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Mach eine neue Batterie. Können wir die ja auch irgendwie mit nem Bio-Fuel-Generator. Nein! Stopp! Ja, ich muss es besprengen. Ich muss sie erst wachsen. Ich logge erst ein, wenn sie wachsen. Nein, 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 nein. Jetzt re-loggen. Nein, sie wachsen doch nicht. Wieso was? Ich habe so streng kontrolliert gerade. Das war meine Aufgabe. Ja, aber ich re-logg doch nicht, wenn die Dinger nicht wachsen. Das wäre doch das allerdümmste auf diesem Planeten. Hä, es passiert doch nichts. Bis die wachsen dauert doch. Los, jetzt schnell! Nein, sie sind nicht gewässert. Sie können jetzt gerade nicht wachsen. Ich re-log doch lieber während sie wachsen. Das ist doch richtig fest. Achso, die sind gar nicht bewässert. Achso, okay, gut. Nein, 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 nein. Okay, Bro, mein Fehler. Gut. Oh, endlich haben wir wieder Ressourcen, ne? Ich weiß nicht, ob wir diese Power-Getränke von G-Time unbedingt brauchen, weil wir haben ja echt for free unendlich Wasser, ne? Ja, eben. Das Essen ist aber OP. Ja, das Essen ist ultra OP. Keine Frage. Das Essen ist 100%ig, aber die Planken, ich meine, wir haben nie genug Planken. Oh, das geht gut. Das Trinken verbraucht gar keine Planken. Nee? Nö. Das machst du in dem Entwässerer und der wird mit einer Batterie betrieben. Okay. Zählt. Trimax hat Raft verlassen. Tschüss Trimax. Gut. Ich meine, ihr könnt ja zwischendurch mal... eine Portion Blumen für mich. Jetzt haben wir alle Blumensamen immer weggeworfen. Ihr könnt zwischendurch immer wieder trinken, ist kein Problem, da trinke ich die Shakes, weil ich habe dann immer eine Dreiviertelstunde Ruhe. Ich nehme die Shakes auch gerne. Du brauchst halt fast gar nichts trinken mehr, weil du dann einfach gefühlt immer eine Stunde deine Ruhe hast vorm Trinken. Alter, wie krass sieht das Menü aus, cool. Oh, G-Time springt einfach ins Wasser. Ich wollte einfach mal klauen, Henkey. Wie die Erinnerung? Ruth. Was denn? Was denn? Das war dich traf, dass du meine Getränke eisest, wertvoll bezeichnet hast. Oha. Oha, das ist ja geil. Das ist wirklich sehr, sehr lässig. Oha, das habe ich mir gemacht so ein paar Geigenlauch. Und guck wie sich dein Inventar erweitert, du riechst die mir dann. Insel voraus. Ja, aber wollen wir nicht. Ah, doch stimmt. aber ich gucke nur ganz kurz nach blumen ja was willst blumen da gibt es immer blumen hier liegt eine möwenleiche rum ja die habe ich rot allen möwen ich habe es von anfang an gesagt die liegt einfach auf dem boot rum so eine leiche von der möwe du machst diese op suppe nur aus rüben und kartoffeln ja ich kann ja auch nur aus einer sache herstellen aber so ist besser kompliziert für mich jetzt dazu gibt es dann kann ich halt die ganze zeit hier diese shakes machen verliert man sein inventory wenn man stirbt in dem game ich glaube nicht zwei drittel des inventories stand da recht er verarscht wenn man sein wenn man seinen rucksack verliert geisteskrank eklig zweiter des inventories kannst du im bett wieder spawnen also jetzt so ein scheiß man verdient doch wirklich sein loot man muss doch ausgaben werden sonst respawns du ohne irgendwas richtig also bei subnautica war auch so zwei drittel ohne witz jetzt glaube ich ihm stand da vorhin ich war doch vorhin tot da meinten alle drücken neustart und verdienst nur zwei drittel dann ist die kokosnussbäume ja ich mache jetzt die anker wir schwimmen da kurz rüber ich werde das ist ein hei hinten da ist ein hei hinten ist egal ist egal ich gehe vor der reift mich an ihr könnt ihr alle hinterher schwimmen jetzt ich will echt direkt weiter und weiter auf der lukte bleiben ich will jetzt echt ein bisschen flanken und ich will jetzt ein bisschen was machen wir halt auf der insel oder was ja ganz kurz damit ich hole kurz ein paar blumen und ihr könnt die kokosnussbäume holen und dann alle haben wir alle spaß der 60 sekunden pitstop ist das hier was noch eine insel vor uns auf der rute ich habe eine blume ich habe zwei blumen ich habe drei blumen ich bin fertig schon also manche und abendet hier ja okay wir gehen da nicht drüber du kommst du noch die kohle soll ich noch den kokosnussbaum abholzen oder nicht 7 kokosnüsse für dich wieder ja wieder in die kiss hier packen einfach sieben kokosnüsse sind übelst viel wieso brauchst du so viel ist kann ich gar nicht sein das geht ja bitte danke ja sehr geil oh nice ach scheiße ich dein salzwasser nach das raffst du gar nicht warum auch immer ich das die ganze zeit macht du meinst ja salzwasser voll hier ich bin du kommst immer genau wenn ich pflanze gerade ja ich nehme mir immer ab und zu morgen aus noch mal liebt mich so an als wenn da gar nichts passiert in dieser kiste ja es dauert halt bisher 1 der klären das dauert schon ein bisschen oder das muss ich bewässern hier die blumen oder kann sein ja es läuft extrem gut muss man einfach mal sagen insel voraus ja da kann ich jetzt also oder also ich würde jetzt nur bliebend gerne mal einfach hier die ganze scheiß einsammeln das würde mir so viel geben wenn ich hier oben mal endlich die auch das headquarter oben fertig bauen könnte dass ich sie mal auf und abbauen muss also einmal irgendwie 80 holz oder so und ich bin ja glaube ich fertig dass das wäre so geil mit dem scheiß hier können wir kein vogelnest eigentlich bauen das würde uns die ganze zeit passiv federn generieren das ist eigentlich dumm dass ich das nicht muss man feder nehmen oder forschen ja ja du musst nicht du musst die ich glaube du musst aber warum denn wir haben so viele federn wofür wird das noch wichtig auch natürlich ein pfeil oder sowas das brauchen wir doch für alle ganz viele drei müllwürfel das ist cool ja ja wenn ihr da sachen rein tut dann entstehen noch neue würfel einfach wenn theoretisch können wir da wenn wir keine ahnung mit unsere was haben wir das klingt so scheiße oder wir haben drei müllwürfel das ist so cool ähm feuerkorb gelernt wow was wäre denn noch smart ist schon erforscht alles gelernt eine riesenmuschel muss ich rein tun sagt das doch ist hier wieder schrott unten oh ja wow das war sogar voll licht wie geil Alter wir sind aufgelaufen hab wieder holz reingelegt ja Henk ich liebe dich dafür endlich dafür oh du bist so ein geiler holzlieferant man oh ich bin der holzlieferant meine achse ist leer du bist der holzlieferant man scheiße hier farben noch mal die bäume hier ab wenn wir schon hier sind ja hier sind noch so viele blumen falls du noch brauchst ne ja hier sind ganz viele nimm den metromater brauchst du für die bienen später ne ne wirklich hier sind wirklich 30 blumen nebeneinander ja ok ich hole sie einfach alle scheiß drauf ich mach subjet rein ok also hier sind noch sehr viele sehr viele bäume ja ok bäume machst du mach der mann gerade der trimaxe das haben wir auch ok abfahrt unter uns ist noch schrott unter uns ist noch schrott aber wir können auch weiter direkt vor der Insel betreiben ich schon Max wir sind ohne dich schon los naja das schaut nicht los passt habt ihr wenn ihr taucherflossen auf land an habt irgendeinen nachteil ja die Slot ein ab ist unnötig ne ne läuft auch nicht ab nur wenn du im Wasser bist schon bin mir eigentlich ziemlich sicher was sei denn die haben eine geisteskranke duration dann dann weiß ich es nicht oh mein Gott ich will nie wieder jemanden meckern hören der sagt Hanky und seine Haken ich bin so am Holz fischen ist gut wir müssen uns einmal drehen damit wir effizienter einsammeln hier mit den ich muss doch einmal das Ruder platzieren bro siehst du das ineffizient ich sehs ich sehs ich sehs wir müssen breitseite gehen jawoll junge da jetzt einfach durchfahren es gibt mir so viel lass mal einfach full stacken mit den Materialien was mein kleines gemütliches Lagerfeuer macht was das für Licht spendet ich bin so glücklich auf meiner Farm sag mal können die Tiere da sind ja nicht sterben oder sowas ne 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 das ist nur Deko guck mal das spendet auch richtig Licht guck dir das mal an ja das ist echt gut geil soll ich mehr davon bauen überall mal platzieren weil guck mal alles ist so dunkel bei uns außer bei meiner Farm da ist wirklich ein Leben alter das ist echt gut ich find's geil auch dass dein Licht bis hier in meine Küche reingeht wir haben jetzt Besteck übrigens auch ja was bringt das denn und ein Bett Feuerholzständer hier haben wir noch Kerzenflaschen soll ich mal aufstellen hier einfach bei ihnen gefühlt gar kein Licht ist doch schlecht was ich ihm gerade gemacht hab die sind echt scheiße alter what the fuck ist doch dumm sogar das Holz hab ich mir gegrappt unter dem Boot Junge bootlos oder steuert strong strong Vogelnest gelernt ich platziere mal oben vor Vogelnester die brauchen ihre Hunde Max Max ja komm mal ja muss ich jetzt sagen ja oder nein einfach ok du kannst ja spontan abbauen komm ja zu mir zu mir zu deiner Farm ich bin da bin da oh geil ja ja oder richtig doll ja wie danke man das ist echt ein upgrade einfach Licht jetzt bei bei nacht mega gut scheiß drauf ich habe jetzt nichts mehr zu tun hier geil sind wir noch auf einer dicken Loot Route ja das sieht gut aus hier ähm Kevin ja bitte kommst du mal sehr geil danke ja oder ja so geil ich hab's euch gesagt in Beleuchtung mein Chat sieht jetzt wenigstens was ich mache ja guck mal hä wie geil die Küche jetzt aussieht mit der Fackel erzähl's dir doch mit dem mit dem Feuer da guck mal wie gemütlich hier alles aussieht was ist nicht einer mal in meinem Chat Spaniel einer von euch hat 100 Holz und sagt nichts ich spar jetzt erstmal von der Farm oh mein Gott das ist nee nee weil ihr seid schwänze ist es auch ist es auch ich hab nicht ein Holz gehabt man wusste direkt als das gesagt wurde wer das sei ja man weiß man wusste direkt wer es ist nee nee weil das ist zu low ich hab nicht einmal Holz bekommen das sind nicht echt schwach sorry das ist falsch gebaut es wurde auch nicht einmal abgestimmt sowas oder hier irgendwie sowas ich tu 60 Holz rein es ist weg es ist jedes mal weg ich kann nicht ein Blumenbeet bauen weil ich kein Holz hab nicht eins und niemand hat irgendwie mal irgendwas gesagt es ist einfach immer ein Gaunt Blumenbeete das hier ist viel zu viel ne mehr brauchen wir gar nicht mehr eigentlich ja ja aber auch insgesamt die anderen auch ich hab keinen Holzsperr ich hab keinen Bogen gar nichts dann craftest du doch hä hä ist so hä jeder hat sich das selbst gecraftet hä ja ok Holz ich brauch nur Holz eigentlich wo regnet es gerade oder ist es das hat sich selbst bewässert ich hab keine Batterien drinnen oh große Insel voraus oh ja die ist big die mitnehmen die ist super big ja die können wir jetzt mitnehmen wir brauchen die Ressourcen von der Insel ja ok dann gib mir aber ich will ein bisschen was von Maxa im Holz das ist immer weg also es bringt nichts ich hab 60 Holz ich geb dir das ist sehr gut ich hab auch angefangen unten in die Kiste Holz zu legen ne weil ich das jetzt nicht mehr so aufbrauche im Moment das ist auch gut mein Haken ist schon wieder weg wäre aber glaube ich auch ganz schlau wenn du das jetzt auch nicht alles die ganze Zeit verballerst Umatra ne ich will eigentlich nur noch einen lass das so einfach immer mal so bestimmen also weißt du du kannst du sagen hey ich brauch geh mal weg von der Chest danke letzte halbe Stunde bin ich bin ich null vorangekommen vom Baut Holz ist drin Rumatra wie findet jetzt die zwei Fackeln bei den Chests guck mal ist sehr geil ja oder jetzt kommt doch mal hier Stimmung auf auch noch mal stopfen habe ich schon ja stoppen habe ich schon so ja hat nur leider Hanky appreciated die Fackeln schade ich finde alle Fackeln geil es ist sau hell jetzt endlich weil man sieht was ich komm bei der Kiste wow ich bin für die Deko zuständig ab heute das finde ich gut klasse Deko du hast auch Rüstung also was soll ich sagen so siehts aus ok wie lange treiben wir noch ist das schon die Main Crest ne ne das muss unser Captain sagen das Ding ist halt nicht platziert wir können es halt gar nicht wissen es ist nicht es ist nicht die Main Crest die Main Crest das ist aber eine sicke Insel das da hin oder dann machen wir doch geil ja ich habe mir jetzt Rüstung gebaut was wollt ihr macht doch kann man gut machen nur eine Schulterplatte sieht die cool aus nein man sieht sie nicht man sieht sie nicht ne was na gut ich habe aber eine an okay wo kann ich das Feld jetzt vergrößern Romatra dass ich also meine Bäume dass ich mehr Bäume machen kann oder ich baue hinten die mittleren Dinger ab ich habe keinen Bock mehr auf Ananas und so den Scheiß ja baue sie ab wir bewegen uns nicht kann das sein doch aber langsam ja Ananas und ähm äh Wassermelonen ist vorbei hm ich rudere dem Rest ist mir zu doof Setzer Anker Anker gesetzt Mord und Totschlag auf der Insel kein Wasser mehr ist alles Wasser aufgejoinkt aber warum hat das nachgeführt nimm dir doch so ein Shake einfach ja ein Shake ist strong Alter wow hab ich voll vergessen dass wir die haben gerade für die Insel für so äh äh Abenteuer auf einer langen Insel das ist gut wir halten halt die Dinger das ist strong boah ja hier hole ich mir jetzt da ist ein Alpaka ja das habe ich doch gerade gesagt wichtig wo ist es ja da hole ich es mir oh mein Gott ich sehe doch den langen Hals schon und die Schweine auch immer töten das ist so wichtig ne nimmst du mit wo zieht der denn durch alter oh da hat er dich mitgenommen game must time gut gedrockt auch sein Fleisch äh sein Leder sein Fleisch ist mir egal brauchst du noch Pfeile wie viele Pfeile hast du ich ich habe 55 Stück noch was sorry ich habe 13 ich hatte noch nie einen Bogen ja du machst dir aber auch keinen was willst du alter wer viel arbeitet der darf sich das auch äh herstellen so ist das nämlich ja das Ding ist jetzt weiß ich wo die ganzen Planken hin sind Gita hat 55 Pfeile ne da waren noch 40 Planken drin als ich mir gemacht habe ich habe extra geguckt dass 2,6 Planken übrig bleiben 2,6 ist nichts das ist so schnell weg was ich habe ihn gefangen 40 Planken aber ich weiß wie viel Equipment du damit craften kannst ich wollte schon sagen er rennt einfach so rum ey hier ist ein Huhn ne das kann man auch fangen das ist ein Dodo aber ja echt und er sieht ziemlich klein aus bei mir also es ist ziemlich ziemlich klein weißt du was ein Dodo ist ja so ein Vogel Dodo ist sowas wie Dodo kennst du Dodo Gemüsesuppe haben wir da schon das Rezept G-Time also brauchen tue ich es nicht weil das kann ich auswendig das Rezept mit schon 5 Tiere und rote Melone auch schon wieso findet man das dann nochmal wie Lost 31 ja ja ich habe schon Leute Heaven Humatra ach wir brauchen noch Hanky Hanky das Tier wird nach dir benannt Juhu ey wir können den Müll tauschen ne oh ja macht das die sind in unserer alternativen Kiste Romatra mach das mal was denn den Müll tauschen? ja in was denn die alternative Kiste bitte? da wo auch dein Honig her kam ach so das ist die alternative Kiste einfach ja da ist doch alles drin ja ich geh kurz tauschen und hier sind natürlich auch noch immer hier hinten die garantierten Fische ne diese Explosivfische hier gibt es sogar Buff Rezepte Lachssalat ein Rezept das im Topf gekocht werden kann ein gesunder Salat der deine Lungen Kapazität erhöht ne das ist strong das ist echt schliebig wo ist der Käufer? wo ist der Verkäufer? würzige Ananas Erdbeere lässt dich schneller schwimmen ich will schneller sprinten können in dem Game bitte mach mir einen Drink wo ich schneller sprinten kann Rote Bete Schuss schenkt deinem Leben ein paar zusätzliche Herzen Deluxe Welz lässt dich schneller laufen ja den will ich den Deluxe Welz aber dafür musst du wahrscheinlich angeln die ganze Zeit wälzt dann angeln das klingt auch nach Stress ist eigentlich für mich jetzt nicht das Problem nebenbei zu angeln ähm wo ist denn der Verkäufer ganz oben? ich weiß es ist so doll schneller sprinten Gott will ich schneller sprinten da brauchen wir einen Würfel und eine Handelsmünze für Handelsmünze haben wir nicht die finden wir irgendwie voll im Endgame ne in dieser Kuppel waren ganz viele Handelsmünzen könnt ihr euch erinnern? waren das Handelsmünzen? ja da waren Münzen stimmt stimmt da gab es aber das andere System noch ich glaube auch das waren andere da war doch auch so ein Pfandautomat dann oder so ein ja aber das waren die ich weiß nicht ich habe andere Aufgaben ja pass ich habe doch zwei Kugelfische na gut eine in der Masse findet ihr noch Tiere ist die Frage oder was ist das? was kann der Dodo uns geben? ah ja was haben die nochmal gebracht? Kuchen unser Level steigt aber auch irgendwie nicht es ist ja komisch wo ist der Dodo? ich habe ihn gefunden komm ich hier runter oder zu sterben? das läuft ausgesprochen gut der sieht ja lustig aus äh Reapers was ist ein Dodo? ein Viech keine Ahnung ist das überhaupt ein Viech? ein Dodo ist für mich ein Pokémon ja und den Vogel den du gefangen hast das das Eier legt ja was willst du jetzt von mir hören? achso so wofür ist der bekannt was zeichnet ihn aus so ein bisschen ok wusstet ihr dass die bis zum 18. Jahrhundert noch gelebt haben? sowas wollte ich wissen sowas wolltest du wissen oder was? ja genau das wäre das gewesen das ist doch allgemeinwissen ja das will Max immer hören genauso wie den das sau interessiert wo du immer essen gehst und alles wie heißt denn das Tier hier? das ist doch kein Dodo alter doch Dodo Dodo meine ich doch Dodo ist weißt du wie ich den nenne? wo kam eigentlich dieser komische Adler zu mir die ganze Zeit? der war eine halbe Stunde bei mir der hat mich abgefasst ey niemals der ist die ganze Zeit bei mir am rumfliegen der hat mir so einen Stein auf dem Kopf gezimmert ne der bringt mir Eier ne? also nenne ich den Eiersohn haha Eiersohn ist witzig gefällt mir sehr sehr gut weitermachen ja Eiersohn ist in unserer Farm ich habe leider keine Schwimmsachen mehr zum ersten Mal ganz oben das ist cool Alter ich bin einfach 80 Meter über den Falken ich habe noch einen Dreck ich habe noch einen Dreck habt ihr schon gehandelt? oh ist das steil kann ich das hier übernehmen wenn ich ganz ich habe schon gehandelt ja oh mir geht es schlecht fall ich? ne ich kletter die Mechanics die Mechanics wir wollen hier eine Wiese hin aber hier achso weil der da drüber gelaufen ist wahrscheinlich ne oh die Mechanics ist ja der Wahnsinn kein Fall schon zu clean was war jetzt der Witz den du mir sagen wolltest Max? ne du hast du gesagt wusstest du vorhin gesagt wo ist der Unterschied zwischen dem Huhn und dem Dodo da dachte ich so du weißt nicht was das ist habe ich das gesagt? das habe ich nicht gesagt mich sieht der nicht so aus habe ich gesagt achso ok gut noch ein bisschen Holz dann ist unser Hochhaus Boot endlich vollendet das sieht so scheiße aus eigentlich aber auch ein bisschen witzig dann wie viel Bienenstöcke kannst du bauen? weil davon kannst du ja theoretisch richtig viele machen das wäre ja nice naja jetzt erstmal keine mehr ne Möwe alter ich hasse sie ok hat jemand noch Tiere entdeckt auf der Insel? ja ne wollen wir weiter? bist du auf den Dodo sicher? ich habe den Hai jetzt gerade extra getötet damit ich jetzt sammeln kann das ist gut hier ist auch noch viel Krams ok dann sammelt ganz doll mit Power Hanky der ist der beste Sammler unter Wasser achso ok und hinten ist auch der Kugelfisch 2 Stück ne wie passt wir sind genau da wie letztes Mal das sind Wäbelinsel vom Aufbau her ne ja ja 1 zu 1 ich glaube wir haben jetzt zum ersten Mal richtig viel Materialien von allem ja Dodo ist ja auch das Pokémon Dodo und Dodri ich mag sein Lieblings Pokémon so ein scheiß Pokémon oh Gott ne nicht Lieblings es ist ein tolles Vogelpokémon also Gott wow ich habe noch 3 Höhenpilze und ich kann noch eine Wiese bauen ist das gut? was du kannst noch eine Wiese bauen? ja ich habe auch gerade noch eine Geburt mit einer Wiese meine ich 3 boom was? sechs Dinger geschaufelt sieben sogar noch einer übrig geil ja ja das ist sehr geil eine grüne Wiese fast ich gehe gerade auf die andere Seite und suche die Kugelfische wir sind ja wieder bei diesem Stein Ding wie eben ne? ja ja ich will ich wir haben noch bald richtig viel Rüstung alle wenn wir so viel Fell haben von den Teilen ich habe mir schon eine Rüstung gebaut ja und wir Step by Step geil das ist so gut der Progress ist genial der ist wirklich einfach genial Schwimex hat acht Steck Holz richtig ist gut Klassiker deine Zuschauer kommen rüber und petzen schon Max ja ja bei mir auch sie petzen einfach die ganze Zeit hier und jetzt ein bisschen was acht Steck Holz das sind 160 ja ich bin hier auf jeder Insel ich farm nur also ich meine jetzt seit seit eh sechseinhalb Stunden am eh jede Insel vom Holz befreien und ich bin die ganze Zeit an meinen äh äh Palmenpflanzen die ganze Zeit nichts anderes mache ich ey wir sind alle am Grinden hä? naja ich weiß naja dann gönn doch jetzt ein bisschen Holz aber ich hatte noch kein Holz ich hatte noch kein Holz also Holz ist seltener als äh ja es ist so selten weil du 160 im Inventar hast nein nein ich hatte nie welche ich würde jetzt gerne weiterfahren ja weiterfahren ist gut ne ne ich bin jetzt hier noch am farm ja wo ist denn der andere alter das spricht nicht mehr also acht sechs ist halt echt viel das ist echt viel ich weiß das ist echt richtig geil ich mittlerweile sind das auch richtig viele Palmen die hier was abwerfen du hast gesagt du versorgst uns alle mit Holz mit den Palmen das habe ich nie gesagt das habe ich nie gesagt so na klar kann man doch gar nicht kann man doch gar nicht ich mache aus zehn Palmen 15 aus den 15 mache ich dann irgendwie 11 und dann sind sie alle weg ok der Hai ist wieder da genau den Kugel verscholen ja wo ist der denn der zweite sag mal kann man doch dass aber nur einer ist ne keinen Sinn der schwimmt da vorne ist das Henki ja der Hai ist hier wir brauchen noch so ein Wasser Ding herstellen moin Kevin ich hole dir einen Kugelfisch hast du einen Kugelfisch gesehen wenn ihr ihn findet sonst kommt wieder ja Jungs kann mir mit dem Hai helfen diese Kack ich habe das Problem dass meine Flossen kaputt sind deswegen bin ich jetzt nicht mehr so schnell ja das sackt ein Hit noch und ich bin tot man das sackt der kann aber auch nicht mehr viel du bist du denn in der Nähe vom Boot hey Romatra schon da ist gut hab ihn top hast du drehtangen alles eingesammelt Kevin ne ich bin total langsichter ich habe fast alles eingesammelt gut ich sehe es sehr gut guter Job haben wir noch Glas ich habe auf jeden Fall einiges an Sand und so geholt Sand, Ton, Erz ist voll im Programm ganz viel Schrott Glas kann ja nicht weg sein theoretisch oder? oh mein Gott haben wir viel Glas heilige Scheiße Fick mich haben wir viel Glas was ist das denn? dann baue ich gleich zwei davon so sieht das aus wenn du einen Kollegen im Team hast der nicht alles im Inventar behält so krass da guckst du dir ein bisschen Holz Max komm bitte du brauchst doch gerade nicht sag was du Max Romatra unten rechts ich baue oben das Ding fertig Romatra unten rechts in der Kiste danke danke vielen vielen Dank ich will nur da oben das Ding fertig bauen und dann stelle ich da alles auf und dann bin ich übel happy okay das ist gut okay jetzt hast du aber alles wie sie platziert was du konntest ne? ja warte ich tu wieder was zurück ne passt du ich hab noch ein paar Planken ich hab dir nicht alles gegeben ganz so dumm war ich da nicht hast du alles ähm platziert Moin Max an Wiesen ja guter Mann ich fall gleich um du solltest niemals umfallen weil du Hunger hast ja hab ich dafür hat Kevin so gut gekocht okay wie kriege ich jetzt aber die Eier von dem Dodo Sohn die macht er auch automatisch die liegen da einfach die kannst du glaub ich for free mitnehmen oder? braucht man da irgendwas? ah die liegen da tatsächlich ich hab Ei gefunden einfach Ei ein Ei ich erforsche Ei das einzige was mich an dem Bienenschwamm stört ist dass der direkt über meiner Küche ist ja ich baue den gleich nochmal um okay Reapers ich tu dir hier mal vor deinem Teil so ein Wasser Ding noch hin ne? da musst du für deine Wiese nicht immer so weit laufen geil alter Junge strong darf niemand benutzen okay? das ist ein Deal ich muss so weit immer laufen alter Mann du hast dich eins gebaut diesen cool diesen free zu bauen weil ich mir immer denke ich will nicht irgendwo was hinbauen wo Roastra dann wieder rumschreit und das abbaut und sagt das ist das scheiße nein der baut den Tag alles ab die ganze Zeit baut der Sachen ab die mir gefallen was gefällt dir denn? ja das Missionsziel das Radar das baust du die ganze Zeit ab das macht mich wahnsinnig ja das würde ich auch gerne irgendwo hinbauen jetzt aber da fehlt mir Holz ein letztes mal Holz das sagst du jedes Mal das Holz ist wieder leer hätte ich meine 180 Holz da rein getan die wären jetzt weg und dann sag ich hey ich will ein Beet bauen und dann sagst du ja ne das geht nicht und das juckt dich dann auch nicht das stimmt doch gar nicht guck mal wie ein Beet guck mal was für ein Beet du hast 18.000 Beete gebaut was willst du von mir? ich brauch ne Batterie kann mir jemand ne Batterie machen? wie lang muss die halten? ich hab noch eine im Inventar die ist aber fast leer ich brauch eine frische Batterie okay dann kann ich dir nicht helfen ich mach dir eine ich mach dir eine ist fertig ich bin fertig mit dir jetzt brauch ich nie wieder Holz haben wir auch noch diese Silberalgen ist fertig ist in der gefertigt gemachten Silberalgen haben wir welche Kiste in der Fertig-Metallkiste hab auch noch eine dabei danke gebrannte Metall ich brauch sechs Holz das ist doch scheiße kein Haken mehr das ist so traurig das ist doch so viel Zeugs Genki komm her es ist halt for real gone ich bin auf der anderen Seite der Insel können wir fahren? ach shit ja das fahren hätte ich sonst jetzt nen Haken gegeben ja ist gut ich muss erstmal über die Insel laufen dann wollen wir ja eh weiter wo ist denn die Fahne? die habe ich im Inventar die baue ich baue jetzt oben final alles auf ich baue jetzt final alles auf ich baue jetzt final alles auf okay ich will schlafen gehen ich kann nicht mehr drum Atra das ist das das ist for real schlafen so so schlafen schlafen nein 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 noch bin ich einigermaßen fit ich wollt grad sagen wir haben aber schon auch 2 Uhr ne da wird sich gleich noch Level Up reingefäffert und yalla na klar oh dann ist wieder die Route die gute Route Stute ich lenke mal ey man das Lenkrad ist schon wieder ab geballert ey halt stopp ich bin doch nicht an Deck ich bin doch nicht an Deck ich find's geil dass man einfach an einer komplett schrägen Wand laufen kann ja ich auch wie so eine Bergziege hab ich ihm auch gemacht wo sind denn die Helme alle drin zack zack die sammeln wir die kompostieren wir später was brauchst du für eine Gemüsesuppe eigentlich was sind die Inhaltsstoffe Artoffeln oder Rüben ja aber wie viele vier Stück von was ist egal ich kann vier Kartoffeln vier Rüben drei Rüben eine Kartoffel drei Kartoffeln eine Rübe rein machen egal ich kann ja nur Kartoffeln anbauen das wäre einfacher für mich Abfahrt abfahrt könntest du theoretisch ja aber ich brauche auch Rüben für Shakes also ein bisschen Rüben anbauen wäre geil okay gut geil pack dir noch eine Silberalge rein sehr geil nur eine haben wir diese Antennen brechen nicht da waren noch acht Stück drin oder so bei dir in der Kiste oder sechs Stück oder sowas ja die habe ich jetzt gerade verkocht ja ja aber mehr haben wir nicht vorne das ist ja so geil was wir an einen Tag hier geschaffen haben oder ja oder ja schon krass ah mal der Haken der Haken ich kriege irgendwo sechs Planken weiß was ich mache selbst ey Gita kriege ich deinen Haken ja danke ja überhaupt eine ganzen riesen Muschel hingetan nja ich tu zwischen die Antennen Romatra ein Vogelnest kannst du das ganz außen ja ganz nach außen ganz nach außen oh yeah baby ja wie ist es mein hat jemand die riesen Muscheln gekocht oder was ist mit dem passiert oh man ich brauche immer noch eine Planke gebrochen ich habe eine für dich komm nein 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 das hätte sie wohl gerne das hätte sie wohl gerne ne ich habe sie okay das wäre so dreist gewesen ganz außen das wäre so das wäre so ganz außen das wäre so das wäre so ganz außen